Saubere Oberflächen sind Grundvoraussetzung für Prozesse wie Lackieren, Kleben und Schweißen. Filmische Verunreinigungen wie Öle und Kühlschmierstoffe stören dabei. Das mobile Messgerät SITA Klinospektor ist der Schlüssel zur prozessnahen Prüfung der Sauberkeit. Berührungslos, präzise und schnell ermittelt es den Grad von filmischen Verschmutzungen. Die Handhabung des Klinospektor ist einfach. Dank des integrierten Zielpointer lässt sich der korrekte Messabstand präzise einstellen, selbst auf kleinsten Teilen oder in Vertiefungen. Mit den mitgelieferten Abstandhaltern wird das Prüfen ebener und leicht gewölbter Flächen denkbar einfach und schnell. Das Messverfahren nutzt die Eigenschaft organischer Stoffe zu fluoreszieren. UV-Licht wird gebündelt auf die Oberfläche gestrahlt. Die Verunreinigung fluoresziert. Mit der Schichtdicke der Verunreinigung steigt die Intensität der Fluoreszenz. Die Intensität wird in der Einheit RFU gemessen, Relative Fluoreszenz Unit. Je niedriger der Messwert in RFU, desto sauberer die Oberfläche. Die Anforderungen an eine hinreichende Sauberkeit sind je nach Prozess unterschiedlich. Der Modus Fluorevel eignet sich durch die Messung in RFU optimal für Vorversuche und das Ermitteln von Grenzwerten. Im Modus Sauberkeit gibt der Klinospektor das Messergebnis in Prozent aus. Benutzerdefinierte Profile optimieren das Gerät für vielfältige Anforderungen. Das Messprofil wird an die Größe des Bauteiles oder der Funktionsfläche und kritische Stellen angepasst. Anwendungsprofil aufrufen, Messpunkte aufnehmen, sofort ein zuverlässiges Messergebnis. Der Klinospektor eignet sich besonders für die schnelle und prozessnahe Qualitätssicherung. Mitgelieferte SITA Fluoreszenz Normale erlauben eine regelmäßige Geräteprüfung direkt vor Ort. Die bedienerfreundliche Software SITA Process Lock ermöglicht die lückenlose Dokumentation der Bauteilsauberkeit. Als praktisches Handmessgerät hat sich der SITA Klinospektor in zahlreichen Anwendungen weltweit bewährt. Dafür setzen wir bei SITA auf eine individuelle Beratung zu ihrer Anwendung. Ihre Erfahrungen und Kenntnisse über ihre Prozesse und unsere Messtechnik Made in Germany sind der gemeinsame Schlüssel zum Erfolg. Vielen Dank. Vielen Dank. �